Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen, aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Guten Vorteil hat's ja. Sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschussverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit. Aber es hat never happened before books began to be written for children during the last two centuries. Before that, children absorbed their culture as tales, along with the adults, from their village storage teller, and the town or tribe's plays, dances and festivals. Das ist ein Gewerkspruch. Das ist ein Gewerkspruch. Das ist ein Gewerkspruch. Untertitelung des ZDF, 2020